Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Midas Gold Plus. Heute geht es darum, dass ich die Stadt Midäum inzwischen vollständig ausgebaut habe und einfach mal ein bisschen zu zeigen, was denn jetzt so für Spielelemente nach und nach freigeschaltet wurden und was jetzt aktuell noch bevorsteht. So, das jetzt natürlich wieder die Übernachtgeschichte, das heißt die blauen Edelsteine sowie die Goldmünzen, die für das Event hier oben notwendig sind, sind dann angesammelt worden. Jetzt erst mal angefangen hier mit dem König Midas. Ihr seht, der ist inzwischen auf Level 40, das heißt, das ist das Maximallevel, was ich verwenden kann und das wichtigste Gebäude ist aktuell die Stables, weil die jetzt hier über 95 Prozent des Gesamtprofits ausmachen, weswegen die dann noch mal geboostet werden, entsprechend hier mit dem Favorite Building. Hier ist der Bonus inzwischen viermal so groß, als er ursprünglich ist. Das kommt eben noch durch Boni aus der Stadt selber, das zeige ich gleich noch. Hier die Rate Charge, das ist mit 20 das Maximum, das heißt, da konnte ich auch nicht mehr Punkte vergeben, von denen maximal 40 die zur Verfügung stehen. Das hier oben habe ich nicht gemacht, weil im Regelfall ich nicht alle Rates zusammen aktiviere. Das ist jetzt zwar hier, weil ich habe jetzt hier den Auto- Klick-Modus, also den Rage-Modus aktiv, wo ich die Sachen aktivieren kann. Da ist es einigermaßen sinnvoll, alle gemeinsam zu machen. Aber normal, gerade weil eben hier möglich ist, einmal Gold und einmal einen Knowledge Bonus zu bekommen, das also jeweils umzuschalten, macht es einfach keinen Sinn, normalerweise alle zusammen laufen zu lassen, weil hier der eine Bonus, der ist für Knowledge Production, der lohnt sich halt dann wirklich nur, wenn man gerade den Fokus auf Knowledge legt und ansonsten würde man den halt normal auslassen. Und das gleicht das hier aus meiner Sicht nicht wirklich aus. Ansonsten hier ist auch noch ein Bonus für die Rates, das heißt, dass die Sachen, die ich einsammle, jetzt sogar eine 40-prozentige Chance haben, dass ich doppelt so viel bekomme. Das lohnt sich natürlich insbesondere jetzt hier, wo ich die Übernacht-Rates mit den zehn Stunden, die ich glaube so knapp sechs Stunden dauern, durch die Boni, durch die Verminderung. Ihr seht, hier habe ich inzwischen auch die Legendaries, die Void Crystals freigeschaltet. Die bekomme ich genauso wie die Raid Points gemeinsam, wenn ich hier das Loot sehe, werden sich hier eben, also das ist jetzt keine Verdoppelung, sondern das ist das Klassische dann, das heißt, ich habe drei bekommen. Und die Void Crystals werden auch nicht verdoppelt, wenn es hier genauso wie die Raid Points, mal gucken, ob ein Verdoppelter drin ist. Genau, also hier seht ihr, okay, ich habe Rang 5 erreicht, das heißt, die 23.000 Raid Points sind jetzt voll, das heißt, als nächstes kann ich jetzt fünf Raids parallel machen. Und hier seht ihr eben, dass die verdoppelt wurden, aber eben nur diese normalen Gegenstände, die anderen beiden bleiben bei drei. Und hier dann eben noch der letzte. So, jetzt kann ich halt alle zwei Stunden Boni starten. Ihr seht, es ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte, also der Reduktionsbonus ist nicht bei 50%, sondern ein bisschen weniger. Und hier unten seht ihr letztlich, wie viel ich insgesamt aktuell angehäupt habe. Im Store gibt es jetzt inzwischen, da ich eben diese Void Crystals freigeschaltet habe, noch einen weiteren Reiter. Da hat sich auch einiges geändert. Nicht, weil sich der Shop geändert hätte, sondern weil ich tatsächlich einige Sachen freigeschaltet habe. Zum Beispiel hier waren die Produktionsboni, wo am Anfang nur der 100% Bonus zur Verfügung stand und je mehr man jeweils von den obersten gekauft hat, wurde irgendwann dann eben der nächste freigeschaltet. Ich bin nicht sicher, also so vom Platz her würde ich meinen, dass hier wahrscheinlich noch eine Karte dahinter liegt. So viele Ultimates habe ich aber noch nicht gekauft, dass hier eventuell noch eine weitere Steigerung freigeschaltet wurde. Hier bei den Raid Loots hat sich nichts so weit geändert. Ich denke auch nicht, dass da was freigeschaltet werden würde. Das hat sich aus meiner Sicht auch nicht jetzt gelohnt, hier Raid Loots zu kaufen, weil ich eben so auch immer wieder genug zusammenspielen konnte. Und hier eben der neue Reiter mit den Void Crystals. Das dauert noch eine ganze Weile, bis hier noch ein weiterer Mechanismus freigeschaltet wird, weil ich eben hier noch das Raid Loot, also beziehungsweise hier die Legendary Items, die sich hier bauen lassen. Also einige habe ich schon. Der erste müsste mit 20 angefangen haben und die nächsten dann eben noch bis 120, 130. So, das heißt, sobald die drei gebaut sind, dann hätte ich auf jeden Fall alle Items, denke ich, soweit voll. Außer hier steht wieder noch irgendein anderer Mechanismus dahinter, der dann nochmal zusätzlich freigeschaltet wird und dann soll ich eben tausend von diesen Kristallen sammeln, bevor dann dieser Mechanismus freigeschaltet wird, irgendein super Void-Effekt. Wahrscheinlich kann ich dann was kaufen, um den Void-Effekt weiter anzuheben. Im Moment liegt er ja nur bei einem Prozent. Macht jetzt insgesamt nicht so viel aus bei den ganzen anderen Boni, die da zusammenkommen. Dann hier University, da ist es im Moment so, dass ich hier jetzt bei 2 hoch 7,40 Knowledge hier die nächsten Building und den Bonus für Mana und Rage Mode, auch wenn ich jetzt aktuell keinen verwende, der diese beiden Modi unterstützt. Und hier bei den Critical Chances, da ist es jetzt so, dass ich jetzt erstmal noch 1 hoch, also 2,339 hoch 1,55 brauche. Aktuell habe ich 1,7. Und dann könnte ich hier auf jeden Fall noch einen weiteren freischalten. Diamonds Value und Buildings Profits sind aktuell schon wieder auf eine Stufe höher gesetzt. Inzwischen haben sich auch die Zeiten nochmal geändert, weil bis vor kurzem war es noch 24 Minuten, eben schon aufgrund dieser 50% Reduktion. Und jetzt sind sie halt alle bei 40 Minuten gelandet. Das heißt, das dauert hier auch nochmal einen Tick länger. Und den Bonus hier werde ich jetzt dann auch gleich aktivieren und euch zeigen, wie ich dann nochmal das Geld einsammle, um dann letztlich hier als nächstes die Critical Profits hochzusetzen. Dann gibt es wieder ein Reset und dann werden im nächsten Zug die Critical Chances und die Knowledge Production dann auch wieder angehoben. So, hier die Goals. Hier natürlich das Klassische weiterhin. Das ändert sich eigentlich nicht, dass hier alle 25 Stufen gibt es hier mit 1,5% Profit und jeweils alle 100 Gebäude gibt es dann eben alles nochmal mit 2 multipliziert. Der Autoklicker war ja schon beim letzten Mal erledigt. Was letztendlich eben ganz gut klappt, dass ich, ohne dass ich aktiv hier irgendwie die Maus draufsetzen muss, das ist jetzt hier mit dem Autoklicker, weil der zählt ebenfalls hier in die Click-Counter mit rein. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, hier die letzten zwei Stufen zu erreichen. Jetzt erstmal von 1,1 auf 2,5 hoch 7. Das dauert noch eine ganze Weile dauern. Und dann mal sehen, ob das dann nochmal verdoppelt wird. Das heißt, 5 eventuell der letzte hierbei ist. So, Barlord habt ihr gerade gesehen. Das habe ich gerade abgeschlossen. Das heißt, da bin ich jetzt mit der vierten Stufe auch durch. Die Rate-Points gehen noch ein ganzes Stück weiter. Was ja auch logisch ist, dadurch, dass ich ja jetzt die Void-Crystals letztlich noch sammeln muss, auch über die Rates. Mal sehen, wie hoch der Wert am Ende wird, den ich da einsammeln soll. Dann, ja, das Online. Da ich das Ding einfach habe nebenbei laufen lassen, hat sich das relativ schnell angesammelt. 480 Stunden sind also hier bereits abgeschlossen. Auch für das Gold-Einsammeln geht es einfach noch einige Stufen weiter. Das läuft auch einfach automatisch, genauso wie kumulativ. Das, was ich halt hier von den Gebäuden aktuell erreichen kann. Dann die Golden Gifts vom Clicking. Das ist schon relativ schnell erfüllt worden. Die Max-Upgrades, da fehlen mir noch auf jeden Fall noch zwei Stufen. Die 450 könnte bald erreicht werden. Im Moment bin ich so bei 420 bis 25. Dann die Nordisch-Researchers. Da fehlen auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Das sind die für die Gebäude und die Diamond-Researchers. Hier auf der linken Seite, da sind noch einige Stufen dann notwendig, um das abzuschließen. Der Vorteil ist, dass die Diamanten, die ja hierfür ausgegeben werden, nicht abgezogen werden, sondern dann beim nächsten Reset wieder zur Verfügung stehen. So, dann hier eben die verschiedenen Spielmodi. Mana, Rage und Energy. Da sind die entsprechenden Mengen, die ich erreichen sollte, auf jeden Fall schon komplett. Dann hier, Felicia ist der nächste Champion, der freigeschaltet werden soll. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, weil zuerst sah es so aus, als ob da bloß ein paar sind, aber anscheinend sind beide Reihen eben komplett verfügbar. Dann Champion of the Void. Das ist, wenn ich eben alle zwölf Legendary-Items gemacht habe. Da fehlen mir also jetzt noch gut 250 bis 300 von diesen Void-Items, bevor ich die letzten drei dort bauen kann. Dann hier der War Outpost. Der dauert auch noch eine ganze Weile. Und dann entsprechend von dem War Outpost gibt es dann hier nochmal etwas, was ich dann sammeln soll. 10 Embleme. Mal gucken, welche Abhängigkeiten da sind, wann ich die bekomme und was ich dafür tun muss. Ansonsten hier eben die Gesamtboni, die von diesen Goals kommen. So, die Rates hatte ich jetzt gerade schon erläutert. Da muss ich jetzt nichts mehr weiter dazu erklären. Dann die Upgrades. Das seht ihr ja hier, dass hier die drei zur Verfügung stehen. Die werde ich jetzt aber nicht aktivieren, weil ich will jetzt eigentlich die 2 hoch 2,3 erreichen, um dann die letzte Forschung noch zu starten. Dann hier die allgemeinen Statistiken. Also ihr seht hier, bei 4,23 liege ich aktuell. Die drei könnte ich jetzt noch relativ leicht erwerben. Und was schon absehbar ist, dass sich in Kürze hier der Profit wieder wechselt. Also im Moment ist, wie gesagt, die Stables der Favorit, weil der im Verhältnis am meisten produziert. Es hat sich nach und nach immer wieder geändert. Am Anfang war es, glaube ich, Ranger-Gült. Dann war es die ganze Meinung, die Mersens. Dann irgendwie hier unten hat es sich gewechselt. Und jetzt ist es eben die Stables. Und hier unten seht ihr, mit diesem Normal haben die 30 bis 50 Prozent Aufschläge. Und hier unten ist dann ein großer Sprung. Das heißt, er bekommt dann letztlich das 200-fache etwa von dem Profit. Und deswegen wird dann die Sommel letztlich auf den ersten Platz springen, gehe ich davon aus. Und dann werde ich auch hier diesen Bonus umschalten, weil der lässt sich eben hier jederzeit umstellen und auf das Gebäude setzen, was im Moment am lohnendsten erscheint. So, das ist soweit zu den Statistiken. Dann hier die Glory. Da kann ich eben nachher gleich die Diamanten holen. Inzwischen hat ein Diamant 98 Prozent Building Profit Bonus. Das hat viel mit Mideum zu tun, aber das gleich zum Schluss. Ansonsten die Artefakte, die hier freigeschaltet werden konnten, das ging relativ schnell. Und auch hier galt das Gleiche. Das, was ich an Diamanten ausgegeben habe, da steht ja auch das Sternchen. Die werden dann hier wieder gut geschrieben und können mit dem nächsten Reset erneut bezogen werden. Also was sind jetzt hier? Der Autoklicker, den ich jetzt mal wieder benutzen kann, weil ich einen Rage Champion habe. Dann der Autocast für Humana und Energy Mode. Der ist auch auf dem Maximum. Das heißt, ich kann dort bis zu vier von diesen Modi letztlich benutzen. Dann hier die Raytime, eben hier nur um 40 Prozent gesenkt, deswegen diese eine Stunde zehn. Dann für das Mana, das ich statt 1000 inzwischen 2000 habe, weswegen dann eben auch möglich ist, wirklich alle zu aktivieren, während ich hier den ersten dann normal nicht aktiviere. Dann hier die Offline Bonus sowie den 12 Stunden Bonus Online Offline. Hier solltet ihr darauf achten, wenn ihr das Spiel parallel laufen lasst, dass ihr tatsächlich nach 12 Stunden das einmal neu startet, weil es wäre ziemlich ärgerlich, diesen Dreifach-Bonus da verloren zu gehen und das Spiel parallel laufen zu lassen. Und dann hier eben die Research-Zeit für die Universität. Das hier sind die 20 Prozent. Und was es ja auch noch gab hier beim Mersend, hier die ganzen Sachen, die ganzen Boni, wo die Loots, ich glaube, verdreifacht wurde, der Bonus. Also das, was dieser Bonus jeweils ermöglicht. Dann eben hier die Universität hier nochmal mit 50 Prozent Verminderung und Knowledge Gain und Gold Bonus, die ich da jeweils auch auf dem Maximum habe. So, was ist dann freigeschaltet worden? Ich glaube, das Erste, was freigeschaltet wurde, war der Wechsel, dass ich fünf blaue Steine in einen roten transformieren kann. Das heißt, man kann tatsächlich die Premium-Währung hier relativ leicht bekommen, einfach über die Zeit, weil ihr seht, die blauen häufen sich ganz gut an. Und eine, die durch den einen Champion, dann gehe ich mal auf die Champion freigeschaltet worden oder die eine. Ich weiß nicht genau, welche von denen es war. Wenn ich jetzt hier eben einen Mana-Mode nehme, dann kommen hier nämlich nochmal so ein paar Upgrades, die wichtig sind, die halt die Mana pro Sekunde erhöhen. Im Moment bin ich bei 7,5. Wenn ich die jetzt, ups, jetzt habe ich die anderen mitgekauft, naja, egal. Bin ich jetzt bei 32,5 pro Sekunde und ich kann eben hier entsprechend so einen Auto-Modus aktivieren, der sich aber immer erst einschaltet, wenn das Ding hier voll ist. Aber ich kann bis zu vier parallel schalten, was dann auch die 2000 Mana benötigt. Das sind die Mana-Champions und dann noch der Rage-Mode nicht, sondern der Energy-Mode. Gut. So, jetzt habe ich nämlich hier auch bis auf 35 die Max-Upgrades, weil die natürlich dann auch nochmal parallel dazu zählen. Aber eben bei 450 ist erst da der nächste Bonus. So, hier ist es so, hier ist es einmal der erste Bonus, der dann automatisch gecastet wird, weil hier werden eben dann diese Kombos aufgebaut und die Kombos werden eigentlich nur für rechts oder links dann vergeben. nochmal gucken. Also, das hier war, dass eben einfach automatisch diese Kombos erzeugt werden. Dann hier, der ist jetzt auf sechs Minuten. Das heißt, ich bekomme da nochmal einen zusätzlichen Bonus, der dann dort mit 50% aktiviert wird. Und jetzt ist halt die Frage, gebe ich es für Gold aus oder gebe ich es für Knowledge aus? Und je nachdem wird es dann halt entweder, also das zwischendrin löst immer Gold aus und das blaue ist dann hier ein Knowledge-Bonus oder eben in dem Fall wäre es dann ein Gold-Bonus. Aber auch das lohnt sich aktuell nicht, weil wie ihr seht, haben die Champions hier erhebliche Multiplikatoren, was die Knowledge-Sachen angeht. Genau, die Building Time wird dann runtergesetzt. Hier die Building Profits, das ist wieder ein Energy-Mode, was eben ziemlich lange gedauert hat, weil hier hatte ich am Anfang relativ kurz nacheinander, die ja auch ziemlich früh zur Verfügung stand. Ich glaube, die ersten beiden waren defaultmäßig zur Verfügung. Und dann ging es eben los mit der ersten und insgesamt werden zwölf freigeschaltet, was dann eben auch bedeutet, dass die Reihe hier unten letztlich wirklich komplett ist. Genau, deswegen hier die Goals. Sieben von zwölf habe ich jetzt freigeschaltet und als nächstes ist eben Feliz dran, die ich dann freischalte, sobald ich eben hoch 65 Diamanten erreicht habe. Das dauert noch ein bisschen. Die Diamanten werden eben überhaupt nicht in Rechnung gestellt, die werden auch nirgendwo abgezogen, sondern muss einfach nur dieses Limit knacken. Egal, ob das jetzt noch in Blessing sind oder ob man die schon reaktiviert hat. Und im Moment bin ich eben im Rage-Mode mit Felix Devanisher. So, jetzt hier erstmal wieder die drei aktivieren, die ich normal benutze und hier eben diese GPS, die lasse ich normal weg. So bleibt es hier im Moment auf Maximum. Soweit eben diese beiden Fähigkeiten, eben Marketplace. Das ist das, wo ich die Raid-Lutes umwechseln kann. Das heißt zum Beispiel da, von dem ich am meisten habe, kann ich sagen, okay, ich will lieber noch ein bisschen von dem haben und kann die dann jeweils tauschen. Zusätzlich braucht es halt einen so einen blauen Stone. Und das war sehr hilfreich beim Ausbau der Stadt, weil damit jetzt zu Mideum. Ich habe inzwischen alles auf Maximum und eben der Bar Outpost, genau, 1 hoch 78 Diamanten brauche ich dafür, bevor ich den freischalten kann, beziehungsweise dort anfangen kann zu bauen. Ich gehe davon aus, da werde ich auch wieder das Raid-Loot brauchen. Ihr seht hier, im Moment steht natürlich bei den Kosten nichts mehr, weil das Maximallevel erreicht ist. Und was ihr im Moment auch nicht sehen könnt, unter dem Satz, each level will cost less Raid-Loots, steht noch ein Satz, je nachdem in welcher Auflösung ihr spielt. Da steht dann noch, wenn ihr die auf Maximum habt, verdoppelt sich der Bonus. Das heißt, normal wäre der Bonus nur 2.000 und eben durch das 20. Level wird dann der eigentlich auf 2.000, wird dann direkt auf 4.000 verdoppelt. Die Universität ist die einigste Gebäude, die direkt am Anfang zur Verfügung stehen. Und dazu dann die neuen Gebäude jeweils für die neuen Gebäude, die auch Profit machen. Das heißt, hier ist jetzt überall der 8.000er Bonus. Das sind Tempelschreien, die Library nicht. Das war der Mana Mode. Genau, hier oben die 4 Gebäude und dann hier unten noch die 5 Gebäude, die hier letztlich die Profitboni bringen. Ihr seht, dass hier eben jedes von diesen hat 2 von diesen Ressourcen. Die erste Ressource beginnt im ersten Level mit 20 Einheiten plus eine Einheit von der zweiten Ressource. Bei der zweiten ändert sich das nicht. Das heißt, da braucht ihr insgesamt 20 für die 20 Level. Und für eine erste Ressource braucht ihr dann entsprechend, das müssten dann 210 Ressourcen sein, die ihr letztlich braucht, um ein so ein Ding auf dem Maximum zu kommen. Ihr seht, inzwischen bin ich jetzt schon wieder bei um die 100 bei allen Ressourcen. Und was hier am meisten geholfen hat, ist letztlich auch das Event, bei dem ihr ziemlich viele Ressourcen abstauben könnt, um dann letztlich hier die Sachen aufzubauen. Genau, also außer der Universität für die Knowledge und das für die Gebäude sind dann hier einmal das die König Mida-Skills. Deswegen, die sind ja jetzt statt 10% steht ja jetzt 40%, deswegen hier sind 200% Boni mit drin, die das verstärken. Dann gibt es hier unten, dass die Gold Earnings generell erhöht werden. Dazu noch den Energy Mode, den Rage Mode und den Mana Mode. Da gibt es dann auch jeweils nochmal eben einen tausendprozentigen Bonus. Und hier unten gibt es nochmal, dass der Diamonds Value erhöht wird. Diese Sondergebäude hier, die sind erst verfügbar bzw. können erst ausgebaut werden, wenn ihr hier alle anderen, die anderen 10 Gebäude letztlich auf Maximum gebracht habt. Also hier ist jetzt letztlich nichts mehr zu machen. Alles auf Maximum. Ich bin gespannt, was im War Outpost dann genau nochmal gebaut werden kann, welche Boni das bringt und was das genau anstellt. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nichts speziell anderes ist, außer dass es halt Boni auf den Profit und auf den Knowledge bekommt. Eventuell nochmal wieder ein paar Spezial-Boni, dass irgendwelche anderen Werte noch angehoben werden. Und sonst gibt es eigentlich nur noch die Mystical Invasion, weil deswegen habe ich auch jetzt die Folge gemacht, weil das Event in Kürze endet. Das heißt, am 27. März geht das Event zu Ende. Ich weiß es noch nicht, ob die dann direkt was im Anschluss machen. Ich hoffe nicht, nicht, weil das ist eigentlich das frustrierendste Spielelement überhaupt. Aktuell, mal gucken, ich glaube, ich habe aktuell bisher drei Artefakte. Das Victory war das erste, dann Flamestrike, Gräudenfist und okay, Trinity. Also ich habe dann doch schon geschafft, vier insgesamt zu bekommen. Aber das Frustrierende dabei ist vor allen Dingen dieser Zufallsmechanismus. Ich kaufe jetzt mal noch die nächsten Leute dazu. Und letztlich, ich kann hier nichts speziell machen. Das heißt, ich klicke einfach die Inseln nacheinander an, bis sie alle Fähnchen haben. Diese Battle läuft automatisch durch. Ich kann sie nicht verlieren oder zumindest ist nie vorgekommen, dass ich sie verloren habe. Und jetzt kann ich mir eine von diesen acht Kisten aussuchen, in der Hoffnung, dass ich da entweder ein Kristall bekomme oder möglichst direkt das Artefakt, was ich bekommen kann. Es ist theoretisch möglich. Also ich habe oft genug gesehen und ich glaube, ich habe sogar einmal erwischt, dass ich einen Artefakt direkt bekommen habe. Weswegen dann die Diamanten oder die Edelsteine direkt für das nächste Artefakt mit übernommen wurden. Weswegen ich das dann auch zeitnah freischalten konnte. Aber das Frustrierende ist hier letztlich, ich klicke eine Sache an und sehe natürlich alles, was ich nicht bekommen habe. Das heißt, bei den Sachen hier ist es relativ wurscht, weil die kommen ziemlich regelmäßig in irgendeiner Form. Das Frustrierende ist es dann nur, wenn ich das mit den Diamanten sehe. Weil natürlich sehe ich dann hier ab und zu Diamanten aufpoppen, wenn sie denn mal kommen. Lustigerweise, wenn alle fünf noch leer sind, kann es sogar passieren, dass zwei Diamanten gleichzeitig kommen. Das heißt, die kriegt man relativ schnell. Zwei Versuche waren jetzt schon komplett leer. Das heißt, es ist überhaupt kein Diamant aufgetaucht. Das heißt, ich hätte gar keine Chance gehabt, einen Diamanten zu bekommen. Und das Wichtigste, was jetzt einigermaßen passt, ist wirklich eine Kiste sich aussuchen und ganz stur, egal was passiert, bei einer Kiste zu bleiben. Weil ich habe es letztens erst wieder ausprobiert, weil es hat mich dann so geärgert. Ich habe die Kiste rechts unten genommen und habe hier links daneben ist, glaube ich, dreimal in zwar größeren Abständen und ich weiß nicht, wie oft hier Diamanten aufgetaucht sind, aber dreimal allein hier ist das Artefakt selber aufgetaucht. Das ist dann noch ein oder zweimal woanders aufgetaucht, aber trotzdem diese Häufigkeit direkt an einer Kiste. Und dann habe ich es gewechselt. Und was ist passiert? Genau in dem Moment, ich weiß nicht, ob es ein Diamant war oder tatsächlich, ich glaube, es war sogar das Artefakt, ist es prompt auf der Stelle aufgetaucht. Und ich denke mir, das kann doch echt nicht wahr sein. Also entweder ist der Zufall hier nicht zufällig genug und es wird hier noch ein bisschen was gedreht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Zufallselemente sind an Spielen aus meiner Sicht immer das Frustrierendste überhaupt, weil ich immer unter die Nase gehalten bekomme, was ich nicht bekommen habe. So, jetzt habe ich hier, ihr habt gesehen, dass ich da unten, also bei den einzelnen Missionen auch schon die verschiedenen Boni bekommen habe von einzelnen Loots. Aber das Eigentliche, was den meisten entspricht, hier bekomme ich jetzt 20 Loots von jeder Sorte, weil ich eben die Anzahl an Inseln besiegt habe oder halt gereinigt habe oder wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt dauert es natürlich nochmal 52, die ich dann nochmal machen muss. Also im Moment könnte ich jetzt 37 spielen, je nachdem, wie viel Geld ich dazu bekomme, kann ich da eventuell noch das eine oder andere machen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich wenigstens diese normale Schwierigkeit abschließen kann, weil Easy Mode, also was sich da unterscheidet, ist die Prozentfaktor, den ihr hier bekommt. Ich glaube, beim Easy Mode waren 0,25 Prozent, jetzt sind etwa 0,2 circa, was ihr pro Insel hier an Fortschritt bekommt. Und nämlich mit Easy habe ich ein Artefakt bekommen, dann eben wie gesagt, eins habe ich durch Vervollständigung der Diamanten bekommen, eins habe ich direkt gewonnen und ja, das andere, wo ich dann das vierte habe, weiß ich im Moment nicht, ob das dann auch durch Diamanten voll bekommen ist. Auf jeden Fall fehlt mir hier jetzt dann auch noch von der All-Power, fehlt mir noch einer, dann hätte ich hier 40, das heißt, dann würde der Bonus hier auf 20 springen. Und ansonsten seht ihr hier auch den Gesamtbonus, den die Accident aktuell ausmachen. Das heißt, der Erste bringt da eh das meiste und danach geht es relativ weit runter. Ich gehe nochmal auf die Accident Collection, weil also hier gerade Mana pro Sekunde und Energy pro Tick, das ist dann halt deutlich runtergegangen. Und ansonsten die Knowledge Gains und Building Profits, das scheint mir alles immer noch ein bisschen gerade so angehoben zu werden, dass es möglichst das noch ein bisschen ausgleicht, dass also tatsächlich ein realer Bonus da vorliegt. Also ich bin ganz froh, wenn das Event rum ist und hoffe, dass ich vorher das hier noch schaffe und mal sehen, ob der nächste Event in irgendeiner Form anders funktioniert. So, mal gucken, wann jetzt hier überhaupt der erste Kristall auftaucht, weil normal so alle drei bis vier sollte zumindest wenigstens einmal der Kristall irgendwo. Genau. Und hier wieder das Perfekte. Genau diese Kiste, wo aus meiner Sicht das meiste auftaucht, taucht auch prompt wieder der Purple Kristall auf. Ich bin aber sicher, dass wenn ich diese Kiste genommen hätte, eben genau das nicht passiert wäre. Immerhin, das hier ist so noch der absolute Bonus, also das, was maximal möglich ist, weil bis zu zehn rote Gems ist hier auf der Seite und die roten sind auch nicht so häufig. Das heißt, das ist auch schon ganz schön, da rote Gems einzusammeln. Okay, da ist jetzt dann der gelbe. Das wechselt dann wenigstens ab und zu. Und das sind letztes Jahr die beiden, die mir noch aktuell fehlen. Und mal sehen. Also ich werde jetzt hier noch die zwei fertig machen und danach mal sehen. Also was hier jetzt natürlich noch praktisch wäre, wenn es hier wenigstens auch die Void Kristalle geben würde, wenn ich hier schon das Raid Blut einsammeln kann. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da in den nächsten zwei, drei Tagen noch genug Goldmünzen anhäufen werde, um auf jeden Fall wenigstens ein Artefakt noch freizuschalten. Mal sehen, vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Glück und erwische noch einen Artefakt oder eben diese beiden Kristalle, den gelben und den lilan. Das waren beim letzten Mal, glaube ich, auch so die letzten. Die anderen waren ziemlich schnell und häufig zu finden, deswegen das dann auch gut geklappt hat. Aber das andere dauert einfach eine Ewigkeit. Und ich misstraue diesem Zufallssystem da in irgendeiner Form, weil ich weiß zwar, dass wir Menschen per Zufallsfaktor da irgendwie nicht so optimal aufgestellt sind und dass immer irgendwelche Muster sehen, die nicht wirklich da sind. Aber dazu müsste ich dann wahrscheinlich doch längere Zeit das irgendwie eine Statistik machen. Ich habe das einmal so ein bisschen versucht anzufangen, was auf jeden Fall erstaunlich war, wie häufig dann an der Stelle, wo schon mal ein Kristall aufgetaucht ist, innerhalb der nächsten zehn Versuche auf jeden Fall auch wieder ein Kristall aufgetaucht ist. Aktiviere hier schon mal den Klicker. Dann hier noch den letzten Rage. Bei Rage mache ich es dann doch öfter mal, dass ich auch die Knowledge Bases, auch wenn ich da den Bonus bei King Me das nicht aktiviere, hier mit Hochschalte. Und jetzt brauche ich letztlich nur bis 2,336 irgendwo in der Dreh. Auf jeden Fall bei 2,4 reicht es auf jeden Fall aus. Was ich nicht machen kann, ich kann kein Reset machen, solange die Loots unten rechts noch aktiviert sind. Da schützt er mich zumindest davor, dass ich da die Loots nicht verschwende, sondern erst, wenn die abgelaufen sind, wirklich dann wieder runtergehe. Durch den massiven Klick, der jetzt hier auf dem Stein stattfindet, leert sich meine Rage Bar auch kaum, obwohl ich alle Rages aktiv habe. Das geht eben nur, solange ich den Autoklicker hier selber aktiv habe, womit ich hier maximale Klickdurchsätze erreiche. So, die Loots sind soweit durchgelaufen. Also jetzt hier den Dreier wieder aus, damit das in Ruhe laufen kann. Und dann mache ich noch den einen Reset, nachdem ich hier die Critical Profits dann beauftragt habe. So, 40 Minuten. Hier dauert es wie gesagt, bis ich 2 hoch 47 erreiche. 9,5 bin ich jetzt. Also da brauche ich auf jeden Fall noch das Doppelte, bis ich da wieder was machen kann. Und hier bin ich jetzt bei 1,5, weil natürlich eben die 6 hoch 61 sich hier wieder gesammelt haben. Und jetzt geht es einmal wieder von vorne los. So, hier wieder auf Max. Und hier gleich wieder die Upgrades kaufen, damit die Rage aktiv bleibt. Und dann geht es hier entweder los, das Ganze aufzubauen. Okay, ihr seht, hier liegt jetzt auch schon von Anfang an, weil die Updates so schnell kommen, dass das hier auf jeden Fall der Favorit ist und natürlich den bisschen meisten Gold im Verhältnis einbringt. Auf jeden Fall von Anfang an war es aus meiner Sicht sinnvoll, die nicht immer gleich wieder auszugeben, sondern wirklich hier ansammeln zu lassen. Ich wusste zwar nicht, wie viel ich davon für Mideum brauche. Die ist ja ziemlich spät freigeschaltet worden. Erst wenn König Midas Level 40 erreicht hat, konnte ich hier, glaube ich, zugreifen und da reingehen. Aber deswegen auf jeden Fall die Empfehlung, sammelt die Loots schon möglichst frühzeitig ein und hebt euch die auf. Und was ich nämlich am meisten hatte, dass ich die Knowledge hier am wenigsten brauchte und damit dann immer hier umgeschichtet habe in die anderen Loots, die ich dann halt sinnvollerweise in Mideum aktivieren konnte. Und dann auch hier meistens immer das Gebäude, was gerade eben aktuell am weitesten vorne steht, was am weitesten Profit bringt, dann auch immer schon ein Level vorausgehen, während sich bei den anderen das dann noch nicht unbedingt gelohnt hat. Für mich ist jetzt noch den War Outpost dann nach und nach freizuschalten. Als letztes Spielelement gehe ich davon aus und dann eben hier noch die letzten fünf Champions zu aktivieren. Mal sehen, inwieweit das dann noch wieder Mana-Energy oder auch ob noch Rages dabei sind. Also das ist dann noch die Grinding-Aufgabe, hiervon irgendwie 1000 zu bekommen. Und im Schnitt kann ich letztlich jetzt pro Stunde, wenn ich mal die zehn Minuten weglassen, fünf Volt-Kristalle pro Stunde generieren, wenn ich halt dann immer wieder die Rades entsprechend starte. Letztlich ist ja dann auch immer noch die Möglichkeit gegeben, die über die roten Teile einzukaufen. Jetzt seht ihr auch so ein bisschen, was euch alles erwartet, wie die verschiedenen Spielelemente dann als einzelne Elemente zusammenwirken und euch letztlich verschiedene Boni geben. Primär allerdings natürlich Profit-Bonus und Diamanten-Bonus, Knowledge-Bonus. Es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht an der Stelle sehr fair, weil man doch ziemlich gut an vielen Stellen an diese Premium-Währung kommen kann und auch die Items insgesamt spielen kann und mich jetzt aus meiner Sicht nichts beschränkt hat, irgendwie irgendein Element tatsächlich freizuspielen oder gezwungen wäre, tatsächlich Geld auszugeben. Man kann es halt mit Geld einfach beschleunigen. Es ist okay soweit. Das ist für ein Free-to-Play-Spiel sehr typisch. Mal sehen, ob ich dann nochmal eine neue Folge machen werde, wenn ich den Bar-Outpost fertig habe und ob sich dann noch irgendwas ganz anderes freischalten lässt. Vor allem, wenn da Armeen gebaut werden müssen und wie da mich die Mechaniken sind, wie die Raid-Loots dann hoffentlich noch weiter eingesetzt werden. Es bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen spannend und mal sehen, wie weit es dann noch geht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!